Seit dem Jahr 2000 ist dem ohnehin schon sehr umfangreichen Stadtmuseum Dreiskirchen auch ein Feuerwehrmuseum angegliedert. In einer eigenen Halle sind Löschfahrzeuge und Gerätschaften, Uniformen und Helme zu sehen, die die Entwicklung der Feuerwehr von 1828 bis heute sehr anschaulich darstellen. Nachdem mein Vater hier das Feuerwehrmuseum aufgebaut hat und er auch aus der Feuerwehr Möllersdorf kommt, sind wir natürlich die Träger des Feuerwehrmuseums und unterstützen also, wo es geht. Es sind ja auch sehr viele Exponate der Feuerwehr Möllersdorf hier im Museum. Das ist ja fast eine Automatik. Naja, wir versuchen unsere Geräte ins Feuerwehrmuseum zu bringen, wenn es auch aus finanziellen Gründen oft nicht gelingt. Wir haben selber drei Fahrzeuge gehabt. Was die Betriebsfeuerwehr war, Semperit und der Ortsteil Wienersdorf und das Metallwerk. Das waren diese Fahrzeuge, die wir hier geerbt haben. Es sind ja auch viele Geräte, die von der eigenen Feuerwehr, von der Ortsfeuerwehr da sind, hier. Und alles andere, zum Beispiel Mitarbeiter habe ich. Der ist ein Borgwartfreund, ist ein Alttimerfreund und ist im Burgenland Mitglied. Ja, der hat jetzt seine Geräte auch da. Aber wir haben das gerne, weil die Leute sehen was. Und um das geht es uns ja, dass die Leute ein bisschen was mitnehmen und sagen, ja. Und Propaganda machen, ist uns auch wichtig. Wir stehen zwar hier in der Fahrzeughalle, aber es gibt ja noch vorne den großen Bereich des Museums. Da geht es ja los mit den Uniformen, mit vielen Exponaten. Kann man abschätzen, wie viele überhaupt hier ausgestellt sind? Naja, das Inventar weiß es, aber. Sie können also von historischen Handdruckspritzen bis zu gezogenen Pferdewegen mit circa 20 Fahrzeugen bis zu 30 motorisierten Fahrzeugen bei uns im Museum sehen. Wir hatten im Krieg 1944, nach der Schule, hat uns der Herr Ingenieur Benakowitsch, der spätere Kommandant und Bezirkskommandant, damals war er Wachtmeister, der hat uns halt unter seine Fittiche genommen und hat uns halt geschult. 1944 war hier ein Reihenwurf, Bombenreihenwurf durch, aber es waren Gott sei Dank nur Splitterbomben, schwerere Bomben sind draußen gefallen. Hier war ja eine Flaggstellung auf der Trasse der Autobahn. Das hätten sie auch wollen unschädlich machen, aber es ist ihnen nicht gelungen in dem Fall. Das ist eine Flaggstellung auf der Trasse 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 der Trasse.